Musik Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix und diesmal habe ich ein 17.000 Abo Spezial für euch und ich kann es einfach nicht nochmal sagen, 17.000 Abos, Jungs, ihr seid der Wahnsinn. Ihr seid die besten Abonnenten, die es jemals gibt und es wäre kein Abo Spezial, wenn ich nicht was gratis raushauen würde. Und zwar mache ich 10 Unlock All gratis. Ein kleines Gewinnspiel, wie ihr die bekommt, ganz einfach, sage ich euch, gleich im Anschluss. Wenn wir eine Runde XP Lobby zangen. Jetzt kommen wir zum zweiten Thema. Oh, ich bin ja gar nicht Prestige, aber das ändern wir gleich mal. Prestige 10. Oh, das war glaube ich 11. Geben wir 1 zurück. 10. Genau, wir wollen 10. So. So, dann kommen wir zum zweiten Thema. Viele schreiben mich auf YouTube an. Matrix, machst du mir Unlock All für 10 Euro Paysafe Card? Sag ich, ja klar, mache ich. Aber zur Zeit wird es einfach so viel, dass mich so viele Leute anschreiben, dass ich mir einen Kumpel, einen sehr guten Kumpel von mir, wo man auch wirklich vertrauen kann, rausgesucht habe, der, wo für euch Unlock All natürlich auch für 10 Euro Paysafe Card macht. Und diese Person heißt, not but least, ist gerade nicht online, Herzog. Herzog ist ein sehr guter Kumpel von mir. Schreibt ihm im PSN an. Er macht euch genauso wie ich. Unlock All, MW3, Black Ops 2 oder Call of Duty Ghost natürlich. Unlock All, Minigran Class. Also, was ihr wollt, müsst ihr ihm nur genau sagen. Gut, schreibt ihn an. Er ist wirklich vertrauenswürdig. Ich kenne ihn schon lange. Manche werden ihn vielleicht sogar kennen. So, dann werde ich euch in dem Video noch mein neues Mod Menü zeigen. Und jetzt starten wir erstmal eine Runde XP Lobby mit 90.000 Punkten pro Kill oder Selbstmord. So, was gibt es dazu noch zu sagen? Ja, genau. Wenn das Spiel gestartet hat, dann werde ich euch gleich noch sagen, wie ihr die 10 Accounts, Betonung, am Sonntag gewinnen könnt. Vorher wollte ich euch noch was zu meinem Mod Menü erzählen. Man kann da so ziemlich alles machen. Man kann eine Minigun geben. Ich kann das Mod Menü an euch geben. Dann könnt ihr dieselben Einstellungen machen wie ich. Ich kann das sozusagen weitergeben. Und auf jeden Fall ist das auch cool. Das habe ich auch von Herzog bekommen. Nochmal ein fettes Dankeschön dafür. Danke Herzog. Wie gesagt, er kennt sich auch aus. Ich mag sogar manchmal sagen, besser als ich. Und seht ihr, da kommt er auch schon online wie gerufen. Einfach anschreiben, Herzog. Und dann macht er euch genauso wie ich weiterhin auch. Unlock all in Ghost, MV3 oder Black Ops 2. Obwohl ich in Black Ops 2 immer sage, mache ich nicht mehr so gerne, weil ihr zahlt dann 10 Euro und werdet ziemlich schnell gebannt. Gut, jetzt würde ich mal sagen, machen wir eine Runde God Mode an. Das, wo ihr dann natürlich auch von mir bekommt, wenn ihr bei mir in der Lobby seid. Entweder auf diesem Kanal oder auf einem anderen. So, God Mode an, dann unendlich Munitione, dann UAV und not but least Redbox. Und ich würde mal sagen, wir verwandeln uns in eine Flagge, dass es lustiger ausschaut. So, das können aber nur die Gegner sehen. So, zack. Ja, tschi tschi tschi. Was wollte ich noch sagen? Ja, genau. Wie ihr die 10 Unlock Alls gratis von mir gewinnen könnt, ist eigentlich ganz einfach. Ihr macht euch einfach einen neuen PSN Account und in diesem PSN Account ganz neu postet ihr einfach sozusagen in meiner, unter diesem Video in den Kommentaren, postet ihr einfach die E-Mail Adresse und das Passwort und als Überschrift Ghost, wenn ihr Ghost wollt oder MV3, wenn ihr MV3 wollt. Und dann werde ich am Sonntag, am Sonntag werde ich halt dann 10 Leute aussuchen. Dann mache ich den Unlock All, was sie auch für ein Spiel wollen, MV3 oder Ghost. Nur die zwei stehen zur Wahl bei mir jetzt. Und dann gehe ich auf den Account, stelle alles ein. Die Klassen, KD, alles was halt geht. So gut wie unendlich von diesen Punkten, dass ihr euch alles kaufen könnt, alles freischalten. Und dann werde ich von diesem Account das Passwort ändern. Ist klar, der Account steht in der Videobeschreibung, dass ihn euch keiner klaut. Dann werde ich euch als private Nachricht, werde ich euch das Passwort schicken und schon habt ihr euren Account mit allem freigeschalten. Und natürlich bei MV3 auch noch mit Minigang Class, sag ich schon, mit God Mode Klasse. So, jetzt machen wir mal mein Mod Menü an und geben uns die Minigang. Minigang, wo bist du? Hier. Tatada, Minigang. Mod Menü wieder weg. Hier das Mod Menü kann ich euch dann auch geben. Dann könnt ihr alles einstellen. Schau, gehen wir nochmal kurz rein. Prestige, Waffenmenü, Visiere, Mods, alles. Ja, okay, Horst könnt ihr nicht, weil ich Horst bin dann. Lobby, Settings, alles was ihr wollt. So. Ich bin jetzt hier gerade unsichtbar, deswegen kann man meine Minigang nicht sehen. Aber ihr seht, die Munition geht runter. Ist nämlich die einzige Waffe, was ich nicht unendlich Muni machen kann. Und hier, Granatwerfer. Bam, 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 bam. Wie gesagt, wenn ihr XP Lobby mit mir zocken wollt, ist absolut gratis. Addet entweder meinen anderen Account, was ich in einem anderen Video schon gezeigt habe. 3, 2, 1, Prestige. Wird auch nochmal in der Videobeschreibung stehen. Oder diesen Account, was jetzt neu ist und noch keine FAs drauf hat. Vielleicht höchstens die von Herzog und so ein paar Friends von mir. Sind vielleicht 5 oder 6. Addet ihn einfach. YouTube-Matrix24. So heißt der Account. Hier, ich zeige ihn nochmal. Hier könnt ihr ihn sehen. Gut. Ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Also wegen dem Unlock All. Herzog, Adden. Ich zeige euch nochmal seinen Account. Hier, wo ist er denn? Unser Herzog. Hier. Hier steht, er hat es auch schon hingeschrieben. Mods 10 Paysafe Unlock All. Dann, wenn ihr die 10 Gratis Unlock Alls gewinnen wollt, einfach unten in der Videobeschreibung, in diesem Video, einfach den neuen PSN Account, die Zugangsdaten von euch posten und natürlich was es sein soll. Ghost oder MW3. MW3 mit Gottmull Klasse. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren und schaut bei meiner Fanpage vorbei. Euer Matrix. Ciao Leute. Und vergesst nicht, es ist immer noch die 2 Wochen des Videobattle, um mein YouTube Partner zu werden. Um mein fester Partner auf meinem Kanal zu werden. Mit allen Admin Rechten. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, ich haue euch hier nochmal den Link rein. Euer Matrix. Ciao Leute.